Herzlich Willkommen bei der Schwäbischen Bank. Mein Name ist Janis Gerninger und ich stelle den ganzen Hotel von Bonn vor. Das ist mein Kollege von den Rassen. Ich bin Markus Thuppert. Ich wollte immer mit den Skils um das Thema Zendung als Service. Ich bin Johannes Grundführer und der Gründer von eBISO. Mein Name ist Patrick und was es mit dem Satz aussieht hat, das werden wir gleich erfahren. Ich kann gestalten in die Zukunft des Menschen. Mein Name ist Tom Hetz, ich bin Mitgründer bei der Internet-NBH. Wir machen Tales for Interaction. gu. Kim. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich freue mich auf jede Begegnung und wünsche uns allen einen wunderschönen Abend und schön, dass Sie da waren.